Willkommen zu den Shopware Release News im Mai 2022. Wir haben die Version 6.4.11 released und in dieser Folge möchte ich dir einmal auflisten, was es alles an Neuerungen gibt und in welchen Anwendungsfeldern du neue Dinge entdecken kannst. Zeit ist Geld und hier bewahrheitet sich das Sprichwort. Wie schnell nämlich die Inhalte deiner Seite laden, hat einen riesen Einfluss auf deinen Erfolg. Da Kunden schnell mal die Geduld und die Lust am Shoppen verlieren, wenn es ihnen zu lange dauert. Wir haben mit zahlreichen Performance-Optimierungen unsere PageSpeed verbessert, da PageSpeed mittlerweile einen riesen oder einen wichtigen Ranking-Faktor auf den Suchmaschinen spielt. Jetzt habe ich ein paar Neuerungen mitgebracht, die ich dir im Näheren erläutern möchte. Kommen wir zur ersten Neuerung. Wir haben neue Anwendungsfelder für die Mehrfachänderung. Seit Shopware 6450 haben wir die Mehrfachänderung eingeführt. Mit dem aktuellen Release kommt aber noch eine weitere Anwendungsmöglichkeit hinzu. Du kannst jetzt mit der Mehrfachänderung auch die Variantenprodukte anpassen. Alles, was du in einer einzelnen Variante ändern kannst, kannst du also nun auch über die Mehrfachänderung anpassen. Wichtig ist dabei, dass vorher die Vererbung deaktiviert wird. Also alles in allem kannst du mit der Mehrfachänderung deine Daten im Admin nur noch effektiver bearbeiten und so viel Zeit sparen. Die nächste Neuerung findet sich in den Erlebniswelten. Und zwar haben wir die Fehlerbeschreibung oder das Fehlerhandling in den Erlebniswelten optimiert. Mit dem CMS-Modul in Shopware kannst du halt verschiedene Containerseiten erstellen und somit entsprechend Erlebniswelten gestalten. Mit dem neuen Release haben wir die oder das Fehlerhandling für Erlebniswelten optimiert. Hier ist jetzt mal ein Beispiel. Ich gebe den ganzen oder vergebe dem ganzen keinen Layout-Namen und versuche das Ganze mal zu speichern. In der Vergangenheit war es so, dass die Fehlermeldungen tatsächlich nur ausgesagt haben, dass ein Fehler besteht. Nun haben wir eine große Meldung im Hauptfeld, die uns dann in diesem Falle sagt, dass noch erforderliche Felder nicht ausgefüllt worden sind. Und auf der rechten Seite können wir halt sogar sehen, welche Felder nicht leer sein dürfen. Kommen wir zu der Neuerung bei den Versandmethoden. Es gibt jetzt die Möglichkeit, deine Versandmethoden für die Anzeige im Onlineshop zu priorisieren. Denn je einfacher sich der Checkout für deinen Kunden gestaltet, desto besser. Wie wäre es also, deinen Kunden eine bestimmte Versandmethode nahezulegen? Dazu kannst du ab jetzt die Versandmethode deiner Wahl bestimmen, so dass diese deinen Kunden beim Checkout als allererstes angezeigt wird. Das Ganze wird geregelt mit der Position. Bearbeiten wir also jetzt eine Versandmethode, haben wir hier die Möglichkeit, die Position, also im Prinzip das Ranking, anzugeben. Eine weitere Verbesserung haben wir für die dynamischen Produktgruppen erstellt. Es gibt jetzt neue Filter und neue Bedingungen. Wir haben im Zuge dieses Release zwei Verbesserungen an den dynamischen Produktgruppen vorgenommen. Und zwar sind das die die hervorgehobenen Produkte bei den Filtern und Varianteneinstellungen für neue Bedingungen. Neue Filter, also Sätze ein Filter für Produkte, die bereits beworben wurden. Also Deutsch ist hervorgehoben oder Englisch Markt ist Promoted. Mit dem Filter kannst du also Topseller ganz einfach hervorheben. Bei den Bedingungen. Es gibt eine neue Bedingung, um Varianteneinstellungen in den dynamischen Produktgruppen vornehmen zu können. Dies war zuvor nur im Rule Builder Modul möglich und jetzt halt auch im Modul für dynamische Produktgruppen. Apropos Rule Builder. Auch hier haben wir zwei neue Verbesserungen mit eingeführt. Einmal haben wir eine effizientere Produktauswahl, wenn du eine Regel erstellst. In der Vergangenheit war das so, dass du, wenn du eine Regel oder eine Bedingung erstellt hast, die Produkte beinhaltet, eine lange Liste mit Produkten durchscrollen musstest, bis du die richtige Position gefunden hast. Mit der neuen Version 6.4.11 haben wir eine erweiterte Auswahlfunktion hinzugefügt. Das bedeutet, du kannst neuerdings ein zusätzliches Fenster öffnen und dort mehrere Produkte auf einmal auswählen. Außerdem kannst du über die neue Funktion auch Filter für die Produktauswahl nutzen. So findest du schneller, wonach du suchst und sparst Zeit beim Anwählen der Produkte. Zweite Neuerung beim Rule Builder sind Zugriffsrechte. Wer darf also die Regeln zuweisen? Bestimme also ab jetzt genau, wer Zugriffsrechte für die Regelzuweisungen besitzen soll. Bisher konntest du nur Zugriff zum ganzen Rule Builder-Modul erlauben bzw. verweigern. Also dank der neuen ACL für diesen Bereich kannst du jetzt spezifischer vorgehen. Nachfolgend haben wir auch einiges an Wünschen aus unserer Shopware Community umgesetzt. Es sind eine Vielzahl von Tickets aus unserem Issue Tracker umgesetzt worden und mit dem neuen Release realisiert worden. Eine Liste dieser Issue Tickets und die Developer News findet ihr auf shopware.com. Wir wünschen euch viel Spaß mit der 6411 und bis dahin alles Gute!